Sie hören Eva Franz. Anna Glad ermittelt, Band 2. Der Tod in den Scheren. Aus dem Finnland-Schwedischen von Lena Flegler. Gelesen von Jasmin Schauden. Erschienen bei Aufbau-Audio. Aufbau-Audio ist eine Marke der Aufbau-Verlage. Prolog Samstag, 31. März Jetzt komm endlich, Amelie! Ungeduldig hüpfen Alma und Wilma auf der Stelle. Alma weiß jetzt schon, dass es ein Riesenfehler war, Amelie zur Osterhexenwanderung mitzunehmen. Sie ist noch zu klein für so etwas. Was für eine blöde Idee von Mama, dass Amelie mitgehen sollte. Endlich kommt ihre dumme kleine Schwester in ihrem fluffigen, weißen Hasen-Overall angeschlurft. Rosa Lippenstift auf der Nase, aufgemalte Schnurrhaare auf den Wangen, gelbe Gummistiefel, vergnügter Gesichtsausdruck. Los jetzt, Amelie! Wir müssen noch mehr Häuser abklappern, hast du das immer noch nicht kapiert? Und auf einmal kommt Bewegung in das Kanickel. Amelie biegt jäh nach rechts ab und watschelt auf eine steile Auffahrt zu. Doch nicht da entlang, ruft Alma ihrer kleinen Schwester nach, stößt aber auf taube Ohren. Amelie läuft einfach weiter. Wilma und Alma wechseln einen Blick und seufzen beide. Immer diese Kleinkinder. Gibt's da hinten überhaupt noch Häuser, will Wilma wissen. Alma ist hier auf diesem Hügel noch nie gewesen. Zu beiden Seiten der Auffahrt wachsen dicht an dicht Kiefern. Aber dahinter könnten theoretisch jede Menge Häuser stehen. Keine Ahnung. Wir können ja mal nachsehen. So viele Hexen sind hier heute bestimmt noch nicht vorbeigekommen. Wenn da Leute wohnen, dann sind die bestimmt super happy, wenn wir endlich auftauchen. Und wir kriegen krass viele Süßigkeiten. Eben. Vielleicht ist das mit Amelie letztlich doch nicht so dumm. Womöglich lohnt es sich, den Hang hochzulaufen. Alma rückt ihren spitzen Hexenhut, der ständig verrutscht, sicher zum tausendsten Mal zurecht. Ein Kopftuch, wie Wilma einst trägt, wäre eindeutig schlauer gewesen. Komm. Im Handumdrehen haben die Hexen das Amelie-Häschen eingeholt. Und tatsächlich stehen entlang des Weges einige Häuser, doch niemand scheint daheim zu sein. Alma bleibt stehen und sieht nochmal genau nach. Es hat fast den Anschein, als würde dort schon länger niemand mehr wohnen. In keinem einzigen Fenster brennt Licht und es ist keine Menschenseele zu sehen. Und auch kein einziges Auto. Der Weg an sich ist zerfurcht und matschig. Und irgendwer hat hier Bäume gefällt, die am Hang aufgeschichtet sind. Der Anstieg ist echt anstrengend. Oh Mann. Gehen wir zurück, schlägt Wilma nach einer Ewigkeit vor. Alma ärgert sich. Es wäre doch komplett bescheuert, wenn sie diesen Weg jetzt für nichts und wieder nichts hochgestapft wären. Ein Haus steht da noch. Sie zeigt in die entsprechende Richtung. Da sehen wir noch nach. Dann kehren wir um. Wilma späht zwischen den Kiefern hindurch zu dem roten Klinkerhaus ganz oben auf dem Berg. Dass sie keine Lust mehr hat, kann man ihr deutlich ansehen. Da wohnt doch bestimmt auch keiner mehr. Doch, da brennt Licht im Fenster. Siehst du das nicht? Ach ja. Okay. Amelie läuft abermals vorne weg und hat das Haus schon erreicht, während die großen Mädchen gerade erst den halben Weg geschafft haben. Guckt mal, die haben ein Schwimmbad, ruft sie. Besonders schick ist das aber nicht, stellt Wilma fest. Nee, igitt. Sogar ziemlich eklig. Das Haus sieht einfach nur viereckig und grässlich aus. Wer bitteschön will in so einem Haus wohnen? Wenn Alma groß ist und ein eigenes Haus besitzt, soll das hellblau sein, mit Schnitzereien und am liebsten mit einem Türmchen. Der Garten hingegen sieht halbwegs in Ordnung aus. Hier und da spitzen schon gelbe und lila Krokusse zwischen den letzten Schneehügeln hervor. Du klingelst, sagt Wilma. Wilma wird immer nervös, wenn sie mit Fremden reden muss. Alma sieht sich nach Amelie um, aber die ist schon wieder auf Abwägen. Typisch. Aber selbst schuld. Wer nicht mit an die Tür kommt, kriegt hinterher auch keine Süßigkeiten. Alma drückt auf die Klingel und sie...